Drei, Vier, Luuuup! Mitos! Autsch! Hallo, Minecraft-Freunde! Und, und! Magic Farm 2! Willkommen bei Magic Farm 2! Ähm, ja. Und, ich habe ja, ich lese ja immer ganz fleißig die Kommentare. Und, da gibt ein paar Irrtümer. Ich weiß nicht, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, aber ich bin... Äh, Yama ist nicht 12, Yama ist auch nicht 81. Und ich bin nicht dichter, sein Vater. Nein, ähm... Aber ich bin nicht 86. Yama wohnt nicht bei mir. Ja? Ja? Weil, ähm, viele schreiben ja auch Fanpost. Und kannst du bitte von Yama auch... Ich bin nur ein Fan. Was? Ja, ja. Ähm... Es ist unglaublich das klingt, aber es ist tatsächlich so. Nein. Ähm... Viele schreiben ja auch, äh, in die Briefe, kannst du von Yama auch bitte ein Autogramm mit dabei machen. Ähm, das gestaltet sich etwas schwierig, weil Yama wohnt so ein paar hundert Kilometer von mir entfernt. Wo geht denn das so? Na und, das bringe ich ein bisschen an. Lauf doch mal ein bisschen. Ja, ist klar. Ähm, nein. Wenn ihr... Äh, Fanpost... Ähm... Also... Ähm, Fanpost sei schon ein Autogramm von Yama wollt. Äh, Yama, du hast glaube ich auch ne, ähm, ein Postfach. Na? Ja, das ist in jeder Videobeschreibung von Yama. Die Postfachadresse, davon meine ich. So. Ne, ich meine ja die richtige, die brauchen sie. Die Postfach, das ist blöd. Wieso? Ja, guck mal. Da wüsste ich eigentlich, wo ich mein Postfach hab. Da können die drinnen gehen und... JA, WANN? So wüsste ich alle, wo du wohnst. Halt, Moment. Die Gummibarmesetzlinke will ich behalten. Hör dir mal vor, Metos. Du hast da plötzlich bei dir in dieser komischen Poststelle, kann man ja rausfinden, wo das Postfach steht. Und dann hast du da plötzlich 200 Leute stehen, die Hallos meinen. So. So, und dann will ich hier ein anderes Gerücht mal aus der Welt ran. Ich weiß nicht, wer das rum erzählt hat. Das wollte ich vorhin eigentlich als erstes sagen. Metos ist kein Postfach. Nein. Und zwar das Gerücht, dass ich erst 15 oder 16 bin. Metos ist schon 17,5. Ja, nee, ist klar. Nein. Äh, Leute, ich bin tatsächlich 42 Jahre. Ich werde im Juni 43. Das ist kein Witz, kein schlechter Scherz oder was auch immer. Das ist auch nicht geschwindelt. Ich versichere euch, ich bin tatsächlich 42 Jahre. Und ja, ich zocke in Minecraft. Und äh, ich halte sehr wenig davon, meine Zuschauer derart anzulügen. Insbesondere was mein Alter betrifft. Also da könnt ihr euch sicher sein, dass ich euch da diesbezüglich die Wahrheit sage. Ja. Ja. Wollen wir das hier noch weg? Dann können wir hier unten die Fläche noch ein bisschen größer. Ja. Du hast doch Angst vor deinen Füßen. Ja. Ich bin schüchtern, sensibel und verklemmt. Ähm. Gleichzeitig. Ähm. Schön. Wenn du klemmst, musst du ölen. Ähm. Kommt, Leute. Schickt mir das mal irgendwas öliges in der Fanpost. Ähm. Ähm. Bitte nicht. Bitte nicht. Ähm. Ich meine, ich habe ja auch schon Fanpost gekriegt, wo dann ähm, haufenweise Glitzerzeug drin war. Ich meine, ich habe versucht, das wegzukriegen. Aber äh, das Mädel hat da so viel Glitzerzeug reingemacht. Ich meine, ich bin mit dem Staub sogar schon über den Schreibtisch gegangen. Hab alles versucht, aber irgendwie finde ich immer noch etwas, was da glitzert. Das geht nicht mehr weg. Das heißt, das, das heißt, dass sie hat einen bleibenden Eindruck von ihr. Ja. Könnte man so sagen, ja. Glitzer ist doch schön. Ja. Glänziges. Glänziges und glitzriges. 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 Äh. Ja. So. Da. Mach mal Erde rein. Meine Fresse, ich wünsche, ich hätte so viel Erde in der Skyblock Männer WG wie, äh, hier. Hm. Wäre cool. Was? Ich brauche jetzt massenweise, äh, Sand und, äh, Sand? Glitzpulver. Ähm. Apropoooo. Ähm. Ich wollte, ich wollte mal, ich wollte mal fragen, was haltet ihr davon, wenn wir, ähm, auf der Suche nach dem, äh, Villagerdorf gehen? Äh, da haben wir schon, oder? Echt? Hatten wir auf unserem Weg keins gefunden, aus unserem Ausflug da? Du meinst auf dem Ausflug über Wasser? Äh, ja. Da, wo wir alles sind. Äh, meine ich nicht, nein. Hm. Weil, ähm, das, äh, meine Zuschauer haben nämlich hier etwas geschrieben. Dieses Teil hier, dieser, dieser Dorf-Highlighter. Wenn man den, ähm, wenn man den in die Mitte des... Moment. Wo? Jetzt sind doch Diameters. Aua, das teleportiert sich immer weg. Den müssen wir klein kriegen, den müssen wir echt klein kriegen. Den kriegen wir klein, den kriegen wir klein, keine Sorge. Der ist aber übel stark hier. Und jetzt ist er tot. Ja, und wir haben ihn geschafft. Und was hat er gedroppt? Ein Eisenschwert. Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hat er bei dir was gedroppt? Darf ich? Ähm, ähm. Eisenhelm. Toll. Und ne goldene Legals. Der hat ja alles gesprengt. Wow. Der hat alles gesprengt hier drin. Und ich futter hier rohes Fleisch. Ja, lecker! So, und ich futter eigentlich... Mit aus, mit aus. Oh, Mann. Ähm, ich würde auch hier weitermachen mit der Baumfarm. Mit der Gummibaumfarm. Mhm. Die Setzlinge habe ich dir ja das letzte Mal gegeben, oder? Ja, 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 ja. Das, äh, aber ich muss erst mal... Ehm. Ehm. Hier, das vergrößern wir noch ein bisschen. Machen wir so. Willst du eine Automatische? Hallo. Hallo. Ähm. Ne, so automatisch, weiß ich nicht. In der Größenordnung will ich's da... Oder kannst, kannst du hier in der Größenordnung so eine automatische? Ja, oder? Ja, oder? Oder du machst einfach eine automatische noch nebenher. Gut. Ja, ja. Und, äh, ich mache dieses hier nur provisorisch. Das heißt erstmal, dass wir überhaupt, äh, an Gummi und Plastik und alles kommen. Und hinterher wird das dann abgeändert, dann kommt das wieder zurück, dass das wieder natürlich aussieht. Mit dem letzten davon. Hm. Können wir machen. Also theoretisch geht ne Baumfarm sehr, sehr groß. Ne automatische. Okay. Metos. Metos. So, dann haben wir hier erstmal... Ähm, ich bin hier, hier oben. Guck mal, hier auf dem Dach zum Beispiel. Metos. Guck mal, hier, das, das höchste, das höchste Dach... Metos. Metos. So, hier. Metos. Ja, ja, aber ihr wisst es jetzt. Ich brauche Schwarzpulver, wo habt ihr denn welches? Das zerstört mich irgendwie. Das muss ich wegmachen. Die sind zwei Blöcke wieder in der Luft? Äh, nein, das sind vier. Vier? Okay. Schwarzpulver. Eins, zwei, drei, vier. Lupp. Mitos. Autsch. Ich hab gedacht, ich triff's Wasser. 1, 2, 3, ich bin tot. Ja, was denn? Schwarzpulver. Wo? Hab ich nicht. Ich muss aber mein Zeug wiederholen. Schwarz oder Quarz? Schwarz. Schwarz. Schwarzpulver. Schwarzpulver. Ja, schwarzpulver. So, da muss ich hin. Das war da hinten irgendwo da 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 da. Wo waren das? Aber wie weißt du noch wo das war? Ähm. Das war doch da vorne, ne? Das war von unserem Eingang aus direkt östlich. Metos, was war denn dein Lieblingsbuch, was du gelesen hast? Also, das musst du ja gelesen haben. so das muss da hinten irgendwas was ich in der da gab es ganz muss ich ganz ehrlich sagen die fand ich alle tot langweilig muss ich ehrlich sagen das ist ich weiß nicht die schulen sollten sich da echt besseres material aussuchen als das was ich da habe da war das ist ja da schon einige jahre hinterher da mussten wir dann solche sachen über erich kästner und solche sachen total trockenes material nein danke ich finde es nicht wieder was weil ich habe irgendwie todespunkt aus warte mal warte mal mein jetpack drinnen wir in game way punkte machen wir das mal an bei hinten da bin ich gestorben und da ist mein zeug ja ja ich find's gerade okay haben wir sagen weil mein jetpack alles ist da dritter schwein wie viel zeug erlichen zusammengeheben ja und nicht gerade viel nicht so oft gibt es eine möglichkeit für hier ist es ein zu bekommen um das wird gerade etwas über die war wir ich woher gucken wo es in meinem rucksack ich bin schon drin um Ähm, nein. Und Grabstein, toll. Juh, Grabstein. So, jetzt mal gucken hier. Bevor das despawnt hier, erst mal die unwichtigen Sachen raus. Nee, weiten Sitzling brauche ich. Das kann erst mal raus, das kann erst mal raus, das raus, das raus, das raus. Alles hat seinen Platz. So, dass ich erst mal meine wichtigen Sachen kriege. Komm mal vorbei und nimm noch ein bisschen was auf. Komm mal vorbei und nimm ein bisschen was auf. So. Boah, das kann erst mal raus, das kann erst mal raus. Mal gucken hier, ich seh jetzt noch bloß nicht, das ist dazwischen. Ähm. So, das raus, das raus. Habt keinen Rucksack. Hast meinen Rucksack? Juh. Dann gib mir den bitte. So, warte. Hör mal hier. Alter Schwede, jetzt hab ich den Rucksack. Komm mal vorbei. Äh, nein. Das ist nicht wahr. Komm mal vorbei. Echt nicht wahr. Okay, ich soll, ha vorbei. Mir darfst du ganz oft Komma vorbei. Ich krieg's noch. Warte Mythos, warte einfach mal kurz. Komm, ha vorbei raus. So, wo ist denn mein Rucksack jetzt? Moment, warte einfach mal kurz. Komm, ha vorbei. 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 Perfekte Sarah. Komm, ha vorbei. 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 Ja, nee, ist klar. Also, jetzt hätt ich beide den gleichen Fehler wieder gemacht. So, reinlegen erst. So, dann öffnen. So, dann öffnen. Was wäre denn der Fehler auf meine Gesangsdinger eingehen? Äh, nein. Das ist sowieso der größte Fehler. Würdest du das wirklich erzählen? So, ich glaube, das war alles. Also, ich würde ja nicht lesen. Jo, nee, ähm, mir fehlt... Nee, warte mal. Oh, warte, jetzt habe ich dir die von mir auch noch mit reingelegt. Äh, ja, nimm die mal raus, weil so viel brauchen wir nicht. Äh, ja! Ich habe wieder Raketen gemacht. Wo seid ihr denn, wenn ich mir was in die Luft jagen? Nicht dein Ernst. Wo seid ihr? Sag mir, was mir da aufhören soll. So, erstmal... Nein, das brauche ich unten. So, das machen wir nach oben. So, dann holen wir hier den Rest raus. Das geht schon. Danke. Okay, dann bin ich wieder. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? So, die Truhe, die nehmen wir noch mit, ne? Wo seid ihr denn? Äh, ja, Mann, wir sind gar nicht weit. Aber ich wollte vorhin auch vorschlagen, dass wir mal nach nem Dings suchen. Nach nem, äh, sag doch mal schnell. Dorf? nach einem villischer dorf und ich habe doch ich habe doch diesen 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 dorf-highlighter und wenn man den mit redstone powert haben mir zuschauer geschrieben dann zeigte die mitte des dorfes an das würde mich mal interessieren mal auf die zurückgehen und noch einen vorschlag ich habe einen waldbrand angerichtet tschuldigung und ein stück dach weggesprengt tut mir leid wieso nicht der herz wo hast du das nicht der herz ich schieß mal jetzt auf den weihnachtschneemann nein nicht tun nein gut dann eben auf die insel dauern nein ich habe keine raketen mehr und jetzt brennt ja gut so ist das stößt nämlich alles ich hab so hier ja ich hab's gesehen ich habe nur zwei solche steine ich kann das nicht reparieren hier man hört da eigentlich auf ähm also ja stimmt ja man hat ja noch was vor und äh ich fäll jetzt hier wollen wir das ganze los aber die zwei bäume will ich noch haben wie lange kann ich die direkt nachblasen kann man das klopfen hört ähm das hört man das da runter das darauf so alt moment so und so da kann man auch noch einen hin machen gut ansetzen sollte es uns eigentlich nicht fehlen weil ich habe ja auch mal 22 dann sind noch einige gepflanzt dort ja also sollte auf jeden fall reichen wir haben ja das letzte mal einige geholt ja 23 jetzt und du solltest eigentlich auch schon welche im inventar haben ja okay jetzt okay sagen wir bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss